Musik Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Und dass wir heute wieder, wie jedes Jahr, oder fast jedes Jahr, ich glaube einmal, habe ich ja jedes Buch und rum ausgefallen. Und dass wir die Übung wieder machen können. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Ich wünsche euch, dass ihr alle morgen frühe Heile wieder hier ankommt. Und ich wünsche euch, dass ihr alle ein bisschen was mitnehmen. Entweder Fahrerausbildung oder Funkenausbildung, Kartenkunde, alle Sachen, die heute Abend nötig sind. Ja, und den Rest, hier klappt man den Kollegen vorne. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich freue mich auch, dass so viele Helfer gekommen sind. Und ja, wir funken dieses Jahr das erste Mal rein digital. Also, die 4 Meter Analogfunk haben wir an der Seite gestellt. Wir wollten sie in der digitalen Seite stressen. Wir haben dafür die Rufgruppen für den MKK-S, für den HSK die Rufgruppe HSK-S. Ihr bekommt auch gleich noch eine Funkskizze, wo ihr das alles drauf entnehmen könnt. Es fahren 19 Fahrzeuge auf dieser Übung heute mit. Insgesamt ca. 90 Helfer pro Fahrzeug haben wir 20 bis 25 Koordinaten zusammengestellt, so dass ihr ein bisschen was vom MK seht, ein bisschen was vom HSK seht. Viel Spaß natürlich. Die Fahrzeugbesatzungen erhielten dann ihre jeweilige erste Koordinate, die sie im Team zunächst auswerten und dann das Ziel anfahren und hier Aufgaben erledigen mussten. 19 Fahrzeuge machten sich insgesamt auf den Weg durch die beiden Kreise. Zur Kontrolle wurden Zielfragen von der Leitstelle gestellt. Die Koordinate lautet 32 Ulrich Marta-Berther 2119388491 kommen. Ja, ist verstanden. Ende. Ja, und jetzt kommen.